Das Haus? Hab ich schon mal gesehen. Das Layout? Ich meine ja. Auf einer zufälligen Karte. Der Mann bezahlt keine Achtung und als ob er kursiert wurde. Kursiert. Er dreht auf den anderen Seite. Er dreht in seinem Lied. Er dreht auf den anderen Seite. Der ist ja nur noch ein Gerippe. Brauche ich nicht. Wieso ist hier kein Lego in einem Spieß? Vermisse ich immer noch. Tee. Moment, erstmal speichern. Ich brauche doch keinen Tee. Was will ich damit? Verkaufen werde ich ihn nur noch hin nicht. Das Durchsuchen kann ich mir weggesparen. So, hier schläft auch jeder. Die schlafen immer nur mit ihrer Kleidung. Wahrscheinlich, weil es so kalt ist. Teddy. Gut. Das war schneller Redicht. So lerne ich eigentlich mal ein bisschen die Stadt kennen. Moment. You're surprised to note that the officer before you is barely over 18. You don't often see such young folks in law enforcement. Especially in large cities. Where only seasoned people are welcome in such positions. To his credit. The young guy looks composed and serious. Having noticed you he smiles and starts talking. Good day ma'am. I'm a patrol officer Kai Doshkin. What seems to be the problem? Just felt like chatting with you. How did a young man such as yourself end up on the dark side of the force? Nothing really. How's the service been treating you? Bis hier ging schon gut, aber dein Achterrest ist etwas seltsam. Have you ever been in trouble with a criminal world? I want to report? Ja, ich glaube nicht. Dann nehme ich die 1. The guy answers with a very serious tone. Because of my experience, my adoptive father Rodion and I have to survive in really harsh conditions. Until last year. So when I got here I was immediately accepted as a patrol officer. Ah, er ist gesteilt durch erfahrung in der Draußen. So was in halt. That explains a lot. What is it? Das hat der Gerdig antwortet? Nein, nein, ich bitte zwei. Es ist die Thaks, die in trouble mit mir. Not the other way around. But there is something else concerning me. For many days now, I have had this feeling that I am being watched. But... Is it a set turn? Nothing. Hmm... Erinnert mich ein bisschen an die Experimente. Im Bunker. Aber wahrscheinlich wird er wirklich beobachtet von jemandem. Weil die sich hier drin alle über die Schulter schauen. Persecution Mania is a stern mistress. Good luck. Was ist das für ein Gebäude? Das ist das Gefängnis. Wanted. Dead or alive. Ich kann mit dem ansprechen. A lean convict walks to and froh in an unfriendly cell. As he notices you, he startles and talks to you in a quiet uncertain voice. You are not sure if you should answer him at all. What do you want? How did you end up here man? How long are you going to remain here? Conspiracy to murder. This is my story. Conspiracy. Amnesty. Amnesty. Das ist nur... Ich dachte wäre eine Tür. Was ist das? Ach, das führt in diese kleine Scheune. Okay. Da hinten ist der Deputy oder der Sheriff. Okay. A short tempered middle aged man in a relatively new uniform bulges his eyes with bloody streaks at you. His nostrils flowing vehemently. I have long since lost count how many men I keep here to patrol the streets. But no. You are coming here in scores a way. What is it? What will the respectable citizen judge the police of... The chief of police instead of turning to one of his subordinates? Got bitten by a mermic? Husband? Spent too much money on alcohol? The TVs had died? Hello, Comrade chief. I haven't seen you at my place for a while and decided to pay a visit. So much I'm sick of it. Being so nervous is bad for your health. Okay. Okay. Ihn könnte ich tatsächlich darauf ansprechen. Ihn könnte ich tatsächlich darauf ansprechen. Ich mach das. In written form. You notice his looks are full of hatred and his left eye twitches. Mach ich doch gerne. You spent the next half day describing the details, the incident that I've inferred to you. From time to time, digressing to deliberate on law. The material effect of bribery and parasitic lifestyle. By the end, your complaint looks more like a philosophical treatise. As you read it, you are proud of your words and a sense of fulfillment fills you. With a content smile, you hand the finished manuscript to the police officer. Without reading it, he crumbles it and hides it in his Hat er das zusammengeknüllt? Cheers. Dresset mich nicht, was du sonst noch zu sagen hast. Ich habe eine halbe Stunde daran geschrieben. Das ist so, als würde man einen halben Text, eine halbe Seite Text schreiben. In einem Forum. Alles schön. Ausformuliert. Und dann wird es gelöscht. Blackbeard. In leather jacket. Is lovingly cleaning. The components of this. Ein Händler. As he does so, he whistles. Ein unfamiliar tune. Totally enraptured with what he's doing. Es ist ein Händler. Und was für einer. Wow. Die schaue ich mir gleich an. Study what he's doing. Gerne. You follow the man's attention to the best of your abilities. He cleans the weapon parts according to a particular system. And you believe you recognize it. Double test success. You try to figure out how the man cleans his weapons and you soon begin to see a pattern. You take carefully note of the man's actions before he sees you watching. Do I sense a lover of fine guns. Great. I've got the best stuff in the ways this. You'll never find those babies anywhere else. Das glaube ich dir. Ich habe schon eine gesichtet. Aber... Nein, nein. Wir gehen gleich zum Hauptthema. Barter. Oho. You're a cheeky one. No, I don't give discounts. I'm not some villager traitor. I'm a honest and god. Respectable. Merchant. Show me your wares. So, was macht dieses Baby hier? Es verschießt leider die großen Munitionen, die ich nicht machen kann. Ich kann nur die hier machen. Das heißt, mit dem hier hätte ich Mühe, das zu finanzieren. Aber ich würde vielleicht doch eine kaufen. Dann habe ich eine. So. Für meinen Xerok. Hexok. Dann habe ich von jeder Waffe eine. Oh. Stechkin Automatic Pistol. 9mm. Mit einem Burst Modus. Mit Range. Gefällt mir. Ich muss demnächst wieder auf Plünder zu gehen, um Gold zu sammeln, denn das wird ein bisschen teuer. Monitionen. Full Metal Jacket. Und die normalen. Ich kaufe die mal. Vielleicht finde ich irgendwann die Waffe und vielleicht benutze ich auch irgendwann die Waffe. 590 Schuss. Was für ein Schuss ist das? Ach, die normalen. Schade. Oh, ich werde hier an. Ich werde hier an. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. Fisch. Rasti. Häh? Das ist nicht der normale Wert. Nein. Auf keinen Fall. Der gibt mir gar nichts dafür. Okay. Wir vergessen das. Ich werde sie bei jemandem eintauschen, der mir einen vernünftigen Wert dafür gibt. So viel weiß ich ja noch. Die kosten normalerweise in drei Stecken bereit. Trag! Tut sie es mich nicht über den Tischkumpel? Machst du jetzt schon, oder? Kann es sein, dass er völlig überteuert ist? Andererseits, es ist eine Menge Munition. Und was will ich sonst mit dem ganzen Credits anfangen? So, Alexa hat kein Taschengeld mehr. Du hast ein bisschen was. Fällig überteuert. So. Hier ist ein 118. Und davon 24.000. Also die Waffen, die sind sicher nicht so teuer, aber... Mache ich eine Dummheit mit der Munition? Ich weiß nicht, hier kann ich nichts produzieren. Egal. Ich mach das mal. Und dann halte ich einfach Ausschau nach einem Händler, wo ich die Sachen hier vernünftig eintauschen kann. Nicht bei ihm. Aber schön, dass es mir aufgefallen ist. Dass er fast gar nichts dafür bietet. Da geht es hin, mein Vermögen. Trade. Du hast mich eben ruiniert. Fein. Äh, was hast du sonst noch zu sagen? Maybe we could chew the fat for a bit. Interessante Redewendung, kenne ich nicht. You're an us, enough person. Besonders mein Ruf heilt mir voraus. So the Starkeeper nods and smiles. Tell me about yourself, friend. Captain, 2nd rank, USSR, Marine Corps, infiltrator, military, scuba diver, and weapons expert. And more recently, a trader. But not just any trader. Thanks to my old connections, I've always had the best stuff around. And you're a greedy bastard. I have not to speak with you. Capitan, mon Capitan. What can I tell? What can I ask you? The same thing as any of them. Think about unregulated arms trade. If you know the right people, they just look the other way. Bestechung. Not as capable as my old compadre, Major Pronin. Oh, das war doch einer von 18 oder so. Den Namen hab ich definitiv schon mal gelesen. But still, I doubt I can teach you anything. Okay, maybe you didn't know this one. When shooting an MG, try screaming out as loud as you can. Funktioniert das? Vielleicht. Interessante Sache. Ich meine, ich hab keine MG. Ich hab nicht einmal längt. Eine Waffe. Aber falls ich mich irgendwann wiederfinde in einer postnuklearen Welt mit einem MG in der Hand, werde ich versuchen, mich daran zu erinnern. Any advice on weapons? You must know plenty about weapons already. You don't need my advice. Äh, rumors. I heard someone dealt with a gang of bookburners. Oh, ich bin fertig. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. First good news around here. Dann schau ich gleich mal bei der Bibliothek vorbei. Dann kann ich auch das Buch da lassen. Irgendwo. Brauche ich nicht mehr. Wo war die Bibliothek? Schwierige Frage. Das ist irgendeine Bar. Aber ich mach das nächste Folge. Ich werde die Bibliothek nächste Folge suchen. Oder vielleicht suche ich sie auch offscreen und mach dann weiter, wenn ich sie gefunden habe.